BAD COMPANY 2 Die Gegend zerstören oder das sind auch immer die gleichen Die dann am Spawn sitzen Und einen dann die ganze Zeit messern irgendwie Solange die Runde noch nicht los geht oder so Das ist fürchterlich, das ist so nervig Das ist unglaublich, oh ein Helikopter Wunderbar Helikopter down Ja jetzt hört er auf zu sprayen Jetzt guckt er blöd Ich bin hier unterwegs mit meiner M40 Ah Ne, nur M40 ohne A Irgendwo da Da sitzt der Pilot Den kann man noch bestimmt Irgendwie raus snipen oder nicht Konzentration Verdammt Mann ey Fahrzeug beschädigt Was, au Lol, Kopftreffer auch noch Nein, wie gut war das denn Ja, ihr denkt sich jetzt auch, Reiter What the fuck Ja, also so nachdem Irgendwie oder seitdem Battlefield 4 nicht mehr spielbar ist Für mich Ich finde, das ist Absolut Total kaputt Das Spiel, was mich total traurig macht Aber seitdem muss ich einfach wieder Bad Company 2 spielen Daneben Da hat er Glück gehabt Ja, Bad Company 2 ist halt einfach so Oh, da will einer mit dem Boot weg Warte, warte, warte Stehen bleiben Bad Company 2 ist halt einfach so Keine Ahnung Ich hatte das auch schon bei Battlefield 3 Dass ich irgendwann unbedingt wieder Bad Company 2 spielen musste Da kommt ja noch ein Boot Komma Scheiße, jetzt bin ich in den Berg runtergerutscht Fick dich Wo ist der andere? Egal Ja, trefft sich ja wie eh und je Wer schreit denn da? Du schreist Beziehungsweise jetzt nicht mehr Definitiv, weil dein Gesicht mit Sicherheit Komplett zerfetzt ist Aber so muss das halt sein Das wäre doch auch mal was in Battlefield Wenn die Körper so richtig zerfetzen würden Bam Jeder weiß Dass diese Brücke nicht betreten werden sollte Ohne ein Fahrzeug Weil die ist tödlich Diese Brücke in Vietnam Auf dieser Map So Ich möchte eigentlich gerne B einnehmen Aber ich traue mich irgendwie nicht Darüber zu latschen Weil da doch noch ziemlich viel los ist Aber mir bleibt ja nichts anderes übrig, ne? Hallo Guten Tag Da kommt ein Boot von uns Wunderbar Äh Renn, 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 renn Oh Sorry für den Spawnkill Aber das war mir zu riskant Da hinten ist einer gespottet Oh, 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 oh Granate Ohm Glück gehabt Wo ist er hin? Ist er schon tot? Keine Ahnung Huch Da steht ja ein Panzer Guck mal Jetzt wäre ich fast dem Panzer in die Arme gelaufen Hätte ihm am Rohr den Kopf gestoßen Super Ja, fahr doch weg du Arschloch Toll, was mache ich denn jetzt? Ich habe TNT dabei Aber da komme ich glaube ich so nicht wirklich ran Scheiße, 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 scheiße Gegner Bam Gegner down So, Minimap Wo ist der Panzer? Nicht gespottet Toll Ah Den habe ich auch Alles klar Der Panzer steht da hinten Das heißt, ich könnte ja theoretisch von hier aus Wenn der Grashalm jetzt nicht von mir so detected wird Weil das passiert öfter mal In Bad Company 2 Hallo Bam Miesen Doppelkill, Alter Richtig nice Der war schön Okay Ja, Mörser hat nichts gebracht anscheinend Schade Hitmarker, 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 Hitmarker Ja Stürzt doch mal ab Verflucht nochmal Fahrzeug beschädigt Ja, immerhin Aua Er macht nix Dann mache ich das hier Was ist denn da hinten los, ey? Ja, das gibt Kills auf jeden Fall Ja, komm, fahr Spacko Da ist ja noch mehr Guck mal, wie die alle warten da oben, weißt du? Dass die auf unseren schönen Panzer hier schießen können Weißt du, was so ein Panzer kostet ihr, Wichser? Mann So Das hat sie jetzt davon Wie gesagt Keine Brücken auf dieser Map benutzen Mann Immer schieße ich einmal daneben So Hier doch, Arschloch Oh, Tank, alles klar Äh Ach Gott, immer diese Begegnungen mit Panzern Aber dieses Mal habe ich eine reelle Chance Und, 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 und Ja, toll Danke Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank Wird mir der komplette Panzer-Kill geklaut, weißt du? Das war ein Das war ein Safe-Kill Und der wird mir einfach geklaut Toll Ey, da ist ja doch ein Panzer Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her Komm schon, komm schon, komm schon Dich kriege ich Dich kriege ich Nicht Alles klar Das ist ja ein schlechter Witz, Alter Mein Gott Ja, genau, ein Hit Das ist ja halt mal, ne, immer schöne Granate und mal ein Mörser da oben hin Weil viele kommen immer da oben über diesen Hügel gerannt Das ist hier nur, äh, ne, vorbeugend So, da kommt wieder mal ein Panzer Toll, hätte ich mal den Mörser ein bisschen weiter nach rechts gesetzt Klasse Scheiße, 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 Scheiße Äh Bäm Motherfucker down, wiederhole Motherfucker down Motherfucker down Guten Tag Ich muss leider Spawn killen da hinten Das ist mir sonst zu gefährlich, ey Wenn die da echt spawnen und mich dann töten Das ist ja, ne Besser ich töte, als dass ich getötet werde Ach, ne, wir sind ja asozial Wie als wenn ich getötet werde Nach dem Battlefield drin So Nachgeladen Ach, hier ist ja gar keiner mehr Keine Sau ist mehr da, weißt du Keine Sau Ja Das meine ich mit diesen Messerspackos, ey Die einen immer messern müssen Ich frag mich, warum man einen immer anschlitzen muss Egal So, ein bisschen Helikopter-Action Oh Ja So viel dann auch zur Helikopter-Action Das war ja mega heftige Helikopter-Action Okay, alles klar 29,8 Oh, das lässt sich ja noch sehen, ne Haut da rein, bis dann, chill Bis dann, 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 bis dann